jo leute alles klar so hier haben wir mal wieder ein Ubisoft spiel als ich dann heute nachmittag in briefkasten guckte habe ich natürlich eine schlechte guckt wieder mal ein super game wieder von Ubisoft ein paar sachen zu Ubisoft ich habe ja auch ein gameplay von Farquay lief am releasetag auch fast überhaupt nicht da mussten auch erst mal zwei drei patches kommen und dann hat es funktioniert dann bei Assassinic Creed Unity da ihr habt dann auch extreme performance Problem da mussten auch erst mal ein zwei patches kommen und dann lief das eigenermaßen und dann habe ich mir gesagt man holst du jetzt in Zukunft wirst du jetzt hier kein Ubisoft spiel mehr holen so aus dem Grund hat mir dann gesagt komm ey du hast die scheiß Beta gespielt du hast dir da den Arsch aufgerissen du hast die geschlossene Beta spiel die offene Beta auf dem PC lief da auch überhaupt nicht war ja Beta ist ja klar und ich hoffe dass wir hier nicht wieder die Fehler machen hier wieder wie bei Farquay oder Unity wo dann wieder hier Performance Probleme gibt es und hat man nicht gesehen auf jeden Fall gibt es ein Gameplay davon zwar nicht mehr heute denken wir jetzt so über das Wochenende so Samstag Sonntag oder vielleicht Montag oder zum zweiten Advent Sonntag und ja schauen wir mal wie das Gameplay ist soll ja eine riesen offene Welt sein sag mal und freut mich eigentlich schon drauf da wenn wir dann einfach mal rein schauen soll ja auch auf jeden Fall irgendwas mit der ähm Kampagne sein und wie so Multiplayer Kampagne mäßig so irgendwie mit anderen Spielern irgendwie noch dazu werden wir uns jeden Fall reinziehen den Ding und ja ich hoffe dass es mir gefällt sag mal der Weichner wird sich auch freuen endlich mal wieder ein Spiel auf Ultra zu spielen ja auch seine bitte nicht ihr habt ja nur diese Logo Einstellung und ich bin ja mal gespannt wie es auf ähm praktisch auf Ultra aussieht das krasse Gelb ja mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen und ich bin auf jeden Fall gespannt ihr könnt auf jeden Fall mal vorbeischauen wenn ihr Bock habt und ja wir werden auf jeden Fall gleich mal dann die äh Kampagne mal anspülen und die hat mir auch schon auch in der geschlossene Beta schon gefallen und ja würde ich sagen einfach mal reingehauen gut den von den K habt ihr nicht den könnt ich euch eigentlich praktisch alles so erzählen aber sobald ihr die Video sieht ist der K sowieso schon eine das tut mir leid leider ja auf jeden Fall schaut vorbei würd mich freuen haut da rein bis dann bis dann